Die neue Version des Superbetriebsprogramms Windows ist durchgesickert. Ich glaube über Wikileaks. Windows 8, oder sagt man als Profi Windows 8? Es gibt sensationelle Neuerungen. Das Programm fährt schon rauf, bevor man den Rechner einschaltet, damit es gleich da ist. Es erkennt, ob ein iPad in der Nähe ist und schaltet es ab. Wenn es abstürzt, ruft es selbst die Hotline an und man kann sich die Warteschleifmusik selbst aussuchen. Das Beste ist, das Virenschutzprogramm schützt vor Computerschweinegrippe. Morgen geht's weiter.